Hallo, willkommen zu einer neuen Folge PUBG. Dieses Mal im Arcade mit mir. Sonst niemand. Außer ein paar Randoms, die wir hier unten haben. Hello guys. So, haben die irgendwo gesagt, wo wir hinwollen? Darüber auch gehen. Ach der Hügel. Der Hügel, da habe ich schlechte Erinnerungen dran, obwohl wir die Runde letztes Mal gewonnen haben. Ist doch gar keine, gar nicht so lange her. Dann haben wir da gewonnen, als wir hier runtergelaufen sind und dann dort. Ja, vielleicht kriegen wir das ja diesmal nochmal hin. Vielleicht kriege ich auch diesmal ne Karre. So, dann kann ich wieder ein bisschen zeigen, wie es snipen geht. So, haben wir hier direkt um die Ecke welche? Nein. Dann habe ich Zeit und nehme mir mal gleich die in der richtigen Reihenfolge und ich habe eine Ertragung auf. Na gut. Das ist, äh, ich glaube das geringste Übel von dem Ganzen. Na, aber die Muni. So, die möchte ich noch mitnehmen. Hinterhalten bitte auch wegschmeißen. Rot ist mal wieder ganz woanders gedroppt. Super. Und die Leute hier oben vom Berg, die müssen mal runterkommen, weil die Zone ist leider wieder nicht da oben. Da müssen wir da woanders hin. Ich habe jetzt auch gar nicht gesehen, ob hier irgendwo anders weggejobbt ist. Also, wo genau und so. Sind die Hände? Nee. Vielleicht doch. Die haben eine höhere Sicht. Also, ich nehme mal das Auto und fahre mal zum Kollegen. Red, I'm coming. Ja, okay, das war's im Leben. Ah, scheiße. Na, da war ich zu, zu spät. Ganz knapp aber nur. Fuck. Ist da wer? Ne, das ist eine Leiche. Okay. Die Leiche liegt so stramm da. Das könnte auch ein echter sein. Oder ein lebender. Ah, Mann. Ja, Draconoth ist so ein bisschen ungewohnt. Also, mit dem Rückstoß, das kriege ich noch nicht ganz so richtig hin. Ah, guck mal da hinten ist er, ne? Go it low. Go it low. So, wollen wir mal gucken. Hast du noch Granaten? Ja, war sehr schön. Nehme ich. Bist du einen Sniper? Nee. Dann auch noch Granaten. Dann brauche ich aber keine. Oder habe ich jetzt Platz? Ja. Schön. Nee. Okay, ein Körpertreffer und ich glaube danach ein Header, dann ist er down. Okay, jetzt habe ich ihn lockt. Oh, vorne. Ach, Kacke. Ist echt schwer mit der Waffe, du. Komm. Fuck. Scheiße, Mann. Ach, dieser blöde Stein. Der war immer, wenn ich geduckt bin, war der gerade so tief genug, dass es nicht ging. Yellow? Yellow, please. Scully. Scully. Scully das, hey. Scully. Scully. Komm runter. Ja. Tja. 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 Schießt er da noch ewig auf. Tja. Aha, der hat sich ist. Tja. 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 Was für eine Person, weißt du? Was für eine Person, ich habe ihm einfach gerade blind vertraut, weißt du? Er sagt, eine Person. One Person. Ich gucke oben rechts, sechs am Leben. Minus wir beide, vier Stück. Als ob da vier Leute oder drei Leute rumkrabbeln würden. What the fuck? Das ist vollkommener Quatsch gewesen, dass es mindestens drei Leute gewesen sind, die noch geschossen haben. Ach, Teammates wieder, ne? Teammates kannst du echt in die Tonne treten. Neue Teammates. Bessere Map. Jawohl. Einer sagt ja, die anderen wollen da oben hin. Ich würde aber trotzdem lieber... Ja gut, dann gehe ich halt mit denen. Ich würde lieber auf den Berg gehen, ehrlich gesagt. Ich mache mal hier so ein Mittelding. Mal, wo die hinziehen. Der zieht nach links. Der auch. Okay, dann heißt es wohl die Beute. Das sind aber halt auch schon gut welche. Das sind aber auch schon gut. Okay. Ist da oben noch wer? Ne, der ist alleine. Kann man hier nicht rauf? Hä? Nicht? Muss doch gehen. Als ob. Na ja, der guckt da nicht mehr hin. Okay, dann werden die alle weg sein. Boah. Schön. Haben wir die schon mal weggemacht? Mal schnell gucken, was die für Waffen haben. Nichts. Hat der sich schon einen Sniper holen? Nein. Schade. Komm. Ach. Okay, das wird wohl... Ich glaube, das verfolgt mich jetzt. Das wird mich jetzt so verfolgen, einfach die Drogenhoff. Na. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, es ist so ein Punkt drunter. Ein Punkt ist es ungefähr. Nicht viel mehr. Okay, gut. Das sind aber auch nur so drei oder zwei. Ich habe noch nicht den vierten gesehen. Einer muss irgendwo noch sein. Ich gehe noch mal kurz in die Häuser holen. Jetzt habe ich ja gerade noch eine Sniper vergessen. Oder nicht gesehen. Auch wenn man das Super 7 nennt. Ne. Ne, sieht nicht gut aus. Vielleicht nehme ich auch das Auto nach links. Na. Irgendwann mit rein. Also ich würde jetzt einfach mal eine andere Position nehmen. Ach, von rechts. Da sind viele. Müssten da eigentlich alle mit Auto hingefahren sein. Na, das ist doch was Kacke. Alles im Mist hier. Ich würde jetzt mal kurz reingucken, ob man vielleicht hier nochmal wie eine andere SLR kriegt. Oh ne, das ist so eine Kiste. Hm. Hier gibt es ja auch keinen Loot, ne? Ne. Ist ne Mist alles. Geht halt ins offene Zone. Ich glaube, ich glaube, ich habe es noch alleine. Oh. Der ist doch weg. Ich hätte jetzt so gerne gerade den Kopf da weggemacht. Aber bin nicht getroffen. Gut. Ich nehme mein Buggy wieder. Wenn die alle rennen wollen, sollen sie rennen. Ich fahre mit Buggy. Buggy den Plan. Ich z widee. Hier geht's convers頂ig. Baid. Das ist телефон in Corona-Kantäily. Gabriel hat die Oberbe. Scheiße. Oh Gott. Der Moll ist aber weggeflogen. Puh. So. Da ist ein Gegner. Super. Geile Scheiße. So. Erstmal Heal. Zaun. Ja. Wieso sehe ich den nicht? Wieso sehe ich den nicht? What the fuck? Warum nicht? Wo ist der denn? Hä? Ich habe doch hingeguckt. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh. Und alle anderen beiden sind auch... Wie kann es denn sein, dass beide down sind? Alter. Ach come on. Ich möchte in die Mitte. Mitte, bitte. Bitte, Mitte. Nichts auf dem Hügel. Wenn du da oben auf dem Hügel bist, dann musst du da alle wieder runterrennen. Das ist immer scheiße. Einzig richtiger Ort ist es in der Mitte. Weil das ist ein einziger... Einziger Death Trap, wenn du auf dem Rand bist, ey. Hier scheint keiner direkt close bei uns zu sein. Darum sind wir schon welche. Da hinten ist wer. Alright. Ah, und da vorne. Oh doch, da hin. Der wollte sich irgendwie selbst abfackeln. Oh, ich habe eine M24. Jawohl. Ich fahre eher das. Einen haben wir schon mal. Ich fahre eher das. Ja, die oben werden gut weggemacht. Und wir haben noch schön den Roten da in der Nähe. Der die gleich auch nochmal im Nahkampf aufmischen wird. So. Schön. Was hat der denn so? Ja, der hat sich noch nichts geholt. Und schon. Ah, da ist noch wer. So. So, der ist auch weg. So, mag ich jetzt auch. Sehe ich nicht, aber da vorne könnte jetzt halt der, äh, der Zweierwagen sein. Ah, ich gucke mal kurz da oben bei Rot. Sehe noch niemanden an. Ich bin mir sicher, ob er den jetzt weggemacht hat oder ob der da irgendwo noch rumgammelt. Warte mal, ich kann ja auch einfach hier oben hin. Da müsste ich noch viel bessere Sicht haben auf die. Oh, hey, hey, hey. Hoch da. Nicht drüber. Ah, hier haben wir eine Deckung. Mal sehen, wo die hier ist. Sehen aber hier nicht. Ah, komm mal. Mist, genau hinterm Baum. Ach, kacke. Ja, okay, scheiße. Ja, den konnte ich gerade nicht. Okay. Ich sehe den halt leider nicht, ne? Oh, der will den. Ah, Mist. Scheiße. Ah, der ist mal auch weg. Na, komm. Na, scheiße. So, der ist auch mal ein weg. Das ist voll weird. Das hat sich an, als wenn die ganz nahe oder relativ nahe, so auf mittlere Distanz. Aber ich sehe die halt da nicht. Ich glaube, das ist wegen dem Hügel. Steppenläufer. Ja, der andere ist halt jetzt auch down. Der ist außerhalb der Zone. Da komme ich halt auch nicht hin. Ach, komm mal. Vielleicht würde er nochmal in den Ausgang reingehen. Dann würde er nochmal gucken. Doch. It's höher. Oh, schon. Scheiße. Oh fuck. Fuck ey, ja okay. Da dachte ich, okay ich kann kurz healen und dann kommt die Granate einfach so reingerollt. Fuck. Ja gut okay, aber ich denke ich habe es ganz gut gemacht für die Zeit. Leute wollen wir da oben hin? Sagt irgendwer ja, nein, ich gehe jetzt einfach mal raus. Die Mitte finde ich immer ganz gut in der Nacktät eigentlich so. Na da ist einer, da sind zwei. Schneller als der. Oh, drei Leute. Jawoll! Das ganze Team alleine ausradiert hier. Jawollo Alter. So muss das. Machen wir mal ein Highlight zum Ende hin, ne? Perfekt. Perfekt. Nicht anders. Er hat auch keine neuen Harmonie. Hat ja einer noch mal ein bisschen, ja die hat auch niemand, hat sich niemanden MP krallt, wa? Ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock jetzt auf eine AR zu wechseln, aber ich glaube das bleibt nichts anderes übrig. Weil 9mm werde ich jetzt nicht mehr kriegen. Och, und noch eine Kara. Gott. Ach so, da hinten haben wir noch ein paar Container, ne? Vielleicht ist da ein bisschen neue Harmonie drin, sonst muss ich tatsächlich auf eine AR gehen. Ne, hier ist nix. Fair, close. Yellow. Okay, gut. Ah ja, oh. Mhm. Dann ist er rechts. dann komplett gesqueezet alter nein close close is low dead tree yellow tree wie ein truck in smoke okay scheiße oh come on leute das war so free das war so free am ende jetzt scheiße wo hätte ich den jetzt noch gemacht scheiße man das war close aber so ist es manchmal lasst gerne mal ein like und abo da für die performance schreibt gerne darunter wenn euch irgendwas auffällt irgendwas sagen wollte ich lies die kommentare immer super gerne und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen folge poppy bis dann tschüssi